Mit GEICO steigt die Lebensqualität spürbar, selbst in Räumen mit großen Fensterfronten. Konkret bedeutet das, ein modernes Fenster kann bis zu 100 Kilogramm wiegen. Schutzverglasung erhöht das Gewicht enorm. Dadurch werden Fensterrahmen und Scharniere extrem beansprucht. Fensterkonstruktionen mussten deshalb in puncto Stabilität und Ausreißfestigkeit grundlegend verbessert werden. Darum haben wir mit GEICO ESP eine patentierte Konstruktion entwickelt, die dem Fenster sicheren Halt gibt über die gesamte Lebensdauer. GEICO ESP – die extrem stabile Profilverschraubung. Wie ein Rückgrat ziehen sich Verstärkungen aus Hart-PVC durch Blendrahmen und Flügelteile. Die Schrauben der GEICO Scharnierbänder bohren sich fest in den Stahl und in die massiven PVC-Leisten des Fensterrahmens. Vergleichstests belegen, die einfache Verschraubung nur im Kunststoff oder mit Stahl ist bei heutigen Anforderungen an erhöhten Wärmeschutz, Schallschutz und besonders an erhöhter Sicherheit oft unzureichend. Dagegen bietet die extrem stabile Profilverschraubung GEICO ESP unerreichte Stabilität. Selbst heftigste Belastungen, wie beim Aufschlagen eines Fensterflügels bei Sturm, sind für GEICO ESP kein Problem. Die Norm wird weit überschritten. Nach wie vor werden aber heute noch Fenster mit unzureichender Stabilität ausgeliefert. GEICO hat die Fensterkonstruktion mit ESP insbesondere im Hinblick auf schwere Drei- und Vierfachverglasung optimiert. Das lassen wir immer wieder von anerkannten Instituten prüfen. In den USA haben GEICO-Fenster sogar den Hurricane-Test bestanden. Mit moderner Technologie haben wir von GEICO das Fenster zum zentralen Sicherheitselement ihres Zuhauses entwickelt. Fast 70% der Einbrüche erfolgen durch das Aushebeln von Fenstern innerhalb weniger Sekunden. Und ich dachte immer, wenn ich die Griffe abgeschlossen habe und die Fenster nicht auf Kipp lasse, dann kommt hier keiner rein. Leider falsch. Denn die Schwachpunkte auch eines neuen Fensters liegen oft im Detail. Ohne Pilzzapfen lassen Fenster sich einfach aufhebeln. Und selbst mit Pilzzapfen oder einer Kralle bietet ein Fenster mit einfacher Sicherheitsausstattung keinen ausreichenden Schutz. Denn verriegelt man das Verschlusssystem in eine Richtung, lässt es sich in die andere Richtung aufhebeln. Nicht so mit GEICO GVS, dem gegenläufigen Verschlusssystem. Beim patentierten GEICO GVS schieben sich die Pilzzapfen gegenläufig in die Schließstücke des Fensterrahmens und verkrallen sich förmlich. So genügen wenige Schließpunkte, um ein Fenster wirkungsvoll zu verriegeln. Und weniger Schließpunkte bedeuten weniger Verschleiß, weniger Justieren und weniger Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen. Zusätzlich geben die extrem stabil verschraubten Beschlagteile mit GEICO ESP eine hohe Ausreißfestigkeit. Weil GEICO Fenster schon viele Einbrüche verhindert haben, werden sie auch von Kripo-Beratungsstellen empfohlen. Denn erst dieses Zusammenspiel zwischen GEICO GVS und ESP schützt ihr Zuhause wirkungsvoll vor Einbrechern. Das gibt es nur bei GEICO. Und auf diese Technik haben sie Garantie. Das ist GEICO.